Hallo, ich habe mir mal endlich diesen Hobbywing OTA Programmierer gekauft. Das heißt, dann kann ich hier mit der App auf dem Handy den Regler programmieren. Das kann man natürlich auch ohne Probleme mit der Programmierkarte machen, aber eine Sache geht halt nicht mit der Programmierkarte und das ist das generelle Profil. Der steht jetzt zum Beispiel, der XR10 Pro Regler hier in meinem XB4 Allrad Auto steht auf 2WD Buggy und das kann ich nicht mit der Programmierkarte umstellen, dann hat der halt irgendwelche anderen Konfigurationen da drin. Ich will den jetzt auf 4WD umstellen und dafür brauche ich den halt. Und der verbindet sich halt mit Bluetooth. Wir schauen uns mal an, wie er aussieht und entpacken den mal. Ich halte es fein säuberlich verpackt hier in diesem Plastikbehälter. So. Und so sieht der aus vom Nahten. Das ist glaube ich sogar Metall. Und sieht sehr wertig aus. Den schließe ich jetzt an den Regler an. Das sollte eigentlich an dem Lüfter gehen, weil sonst wüsste ich auch nicht. Woran sonst? Wir schauen uns mal eben kurz noch an, was sonst noch dabei ist. Also man hat hier noch zwei Kabel oder eins. Ach so ein Y-Long-Kabel. Wenn man den Lüfter vielleicht anlassen will oder so. Aber schauen wir mal einmal in die Beschreibung rein, bevor wir alles viel wert machen. Mehr kommt dann auch gar nicht damit. Ist halt auch relativ teuer, aber wenn man viele Hobbywing-Regler hat, macht das halt durchaus Sinn. Die Beschreibung ist auch Chinesisch. Also ich hoffe, ihr könnt Mandarinen. Also ist ja heutzutage kein Problem. Nein, Scherz. Kommt auch auf Englisch. Englisch sollte man halt schauen können. Sonst scannt das ab mit dem Handy und der Übersetzungs-App. Das ist auch kein Problem. Dann könnt ihr das auch lesen. Und hier steht es auch, man sieht das, kommt halt in den Lüfter. Und das Y-Long-Kabel ist da auch beschrieben. Ach so, damit kann man dann noch zusätzlich eine Programmierkarte anschließen. Naja, das lesse ich mir gleich nochmal durch. Wir schauen uns erstmal das hier an. Wo ist der Lüfter? Ach nee, ich rede ja Quatsch. Der hat ja hier extra so ein Port dafür. Der Lüfteranschluss ist ja hier neben. Und ich schließe das jetzt einfach hier an dem Port an. Hier steht auch Plus und Minus drauf, damit man weiß, wie es richtig angeschlossen wird. So, dann müssen wir das Ganze anstellen. Und jetzt gucken wir mal, ob er den verbindet. Ah ja, er hat jetzt was gefunden. Hobby-Bring. Lies enter your password. So, jetzt ist er verbunden. Das ging ganz schnell. Man muss also einmal das Original-Passwort eingeben. Das ist 6x8 und dann kann man das in den Einstellungen wahrscheinlich ändern. Man kann sich halt hier über Bluetooth und WiFi connecten. Früher ging das nur über WiFi und da war das mal, wenn das so viele gleichzeitig machen, dann hat er dann Probleme damit. Und hier kann man auch das Passwort ändern. Jetzt mache ich mal die Parameter auf. Und jetzt lädt er sich das halt runter von dem Regler. Und da sieht man das. Und hier sieht man das, was ich meinte. Buggy 2WD Modified. Das ist halt genau das, was man nur hier mit umstellen kann. Und man sieht ja, wie viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten mehr, Entschuldigung, wie viel man hier hat. Kann halt auch so einen Crawler-Mode zum Beispiel einsetzen, Tourenwagen. Ich sage jetzt aber hier Buggy 4WD Modified. So, und jetzt hat er das Profil geändert. Und jetzt können wir gucken, was wir hier fahren. Forward with Brake, Maximum Brake Force, Cut-Off Voltage, Thermal Protection vom Motor und vom ESC. Remote Off ist halt auch, finde ich, sehr schön, wenn man nach hinten drückt, also die Bremse drückt für 6 Sekunden, dann geht das Auto halt automatisch auf. Und dann kann man halt unheimlich viel Werte einstellen. Die sollte man auch alle mit der Programmierkarte einstellen oder konnte ich auch einstellen. Ich glaube, da hat nichts gefehlt. Und ja, die Break Force ist halt auch sehr schön. Die ist halt 100 Schritten einstellbar. Das ist halt wirklich schön gemacht. Und dann gibt man hier Confirm. Und dann hat er das übernommen. Hier sieht man dann auch unten den Data-Rekord. Das ist halt auch eine Funktion, die ich so natürlich nicht mit der Programmierkarte haben konnte. Ich schließe dieses Bluetooth-Modul an und sehe dann einfach, wie warm ist der Regler geworden und wie warm ist der Motor geworden. Und wie viel Volt hatte ich. Auch maximale Motordrehzahl wird hier angezeigt. Das ist gerade am Anfang ganz interessant, mal zu gucken. Und gerade wenn man auch neu auf der Strecke ist, kann man da durchaus das mal bebrauchen, um zu gucken, ist das noch alles im grünen Bereich oder sollte ich da vielleicht mal ein bisschen Boost zurücknehmen. Ja, und diese Werte sehe ich dann auch nochmal explizit hier im Data-Log. Da gebe ich hier als Fahrzeug und dann wird hier aufgelistet, maximale Temperatur für den Regler, für den Motor, die minimale Volt-Wert der Batterie, die maximale Motor, APM, also Umdrehung, Firmware, welche Version ich dann den Regler benutze, welches Regler-Modell ich benutze und wann ich die Daten ausgelesen habe. Dann kann man das natürlich auch löschen und wieder neu aufzeichnen oder er listet das wahrscheinlich weiterhin so untereinander auf. Ja, werde ich dann mal demnächst an der Rennstrecke testen, wie es sich so macht. Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, eine sehr einfache, moderne Möglichkeit. Und gerade da ich auch viele Regler habe von Hobbywing, die meisten sind halt damit kompatibel, ganz alte Regler dann vielleicht nicht, aber in den Rennfahrzeugen die Regler schon. Und insofern macht das natürlich wirklich Sinn. Ja, ich habe nochmal gelesen, dieses Y-Kabel kann es sein, dass man das bei manchen Reglern braucht, aber im seltensten Fall. Aber es liegt dabei und falls man es benötigt, okay. Wie gesagt, die meisten neuen Regler, die funktionieren hier mit dem OTA. Und ob die Regler funktionieren, sieht man halt auch auf der Hobbywing Homepage. Da steht dann immer dabei, wie man diesen Regler halt programmieren kann. Und wenn man mit dieser neuen digitalen Karte den Regler programmieren kann, dann funktioniert es meistens auch hier mit dem OTA. Aber das müsst ihr dann für euren jeweiligen Regler entsprechend auf der Homepage angucken. So sieht der OTA-Empfänger halt wieder verpackt aus. Das ist halt wirklich schön gemacht, weil so ist er immer sicher dabei. Ist ja jetzt auch relativ klein, so verliert man ihn nicht und kann ihn immer perfekt in der RC-Kartasche mit haben, wo man halt auch seine anderen Sachen drin hat, die man so braucht und man hat es immer griffbereit. Also das ist schon ganz schön gemacht. Ja, zum Preis. Hier steht jetzt Ladenpreis 71, hatte ich von HK gekauft. Im Internet ist er dann so ein bisschen billiger, aber ist halt relativ teuer. Aber so eine Programmierkarte kostet halt auch ein bisschen und diese hat halt deutlich mehr Funktionen. Und wie gesagt, man bindet sich natürlich auch so ein bisschen an Hobbywing, aber irgendwie haben die ja doch die besten Regler, finde ich jedenfalls. Und von daher ist es eine einmalige Investition und eigentlich ganz empfehlenswert. Ich habe lange gewartet, mir den zu kaufen, aber ab und jetzt doch und ich denke, ich werde es nicht bereuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.